Ähm, Elvis, was tust du? Den neuen Wischmob austesten, natürlich. Und damit du's weißt, Penny, ich werde nur noch vorwärts gehen, damit es keine Unfälle mehr gibt. Ja, nur wird's dann nicht blitzeblank. Hä? Warum ist Aufwischen nur so kompliziert? Da muss ich erst einen neuen Antriebsriemen bestellen, Dillis. Du hast sie total überladen. Aber nein, das war Norman. Darum bitte ich ihn auch nie im Haushalt zu helfen. Klar, bis dann, Dillis. Hallo. Tag, Mike. Norman! Was denn nun? Ich hab doch die Wäsche gemacht. Nein, du hast die Maschine kaputt gemacht. Und jetzt wirst du mal ganz freundlich fragen, ob wir unsere schmutzigen Sachen bei ihm waschen dürfen. Aber... Ich, aber... Viel Spaß, Norman. Ich werd mal sehen, ob James und Sarah skaten wollen. Weißt du, Norman, Hausarbeit kann ich auch nicht gut leiden. Doch wenn man einen Job macht, sollte man ihn richtig machen. Oh, Feuer! Ruhe Feuer, wenn man zähmt! Feuer, Alarm bei den Flats! Elvis, komm! Nö! Warum kommen die Notrufe immer in den ungünstigsten Momenten? Feueralarm bei den Flats! Penny, ihr solltet auch Venus mitnehmen! Geht lieber weg von dem Haus, Mike. Wir übernehmen das. Alice, zieh den Stecker da. Immer zuerst den Strom ausschalten. Klar schon! Seht nur! Rauch! Oh! Oh! Oh nein! Alles aussteigen! Sofort! Bleibt, wo ihr seid. Ich werde mir das mal ansehen. Nein, nicht aufmachen. Sonst kommt Luft ans Feuer. Ich weiß schon, was ich hier tue, Norman. Oh, nein! Oh, Mr. Evans, rufen Sie Feuerwehrmann Sam! Oh, da brennt ein Bus. Oh nein! Oh, nein! Da brennt ein Bus. Oben in den Bergen von Pontipendi. Das wird Travers Bus sein. Er macht einen Ausflug mit den Kindern dorthin. Was? Dann aber schnell jetzt! Komm, Elvis! Anschneiden! Da kommt Sam! Das ging aber schnell! Beeilt euch, mein schöner Bus! Gut, dass du alle rechtzeitig rausgeschafft hast. Das Feuer hätte sich nicht so ausgebreitet, wenn du die Motorhaube nicht geöffnet hättest. Was? Bist du sicher? Oh, ja! Das habe ich erst heute bei einer Übung gelernt. Genau wie ich. Wenn Luft drankommt, wird ein Feuer stärker. Deshalb habe ich ja gesagt, sie sollen die Motorhaube nicht aufmachen. Hä? Ich hätte auf deinen Rat hören sollen, Norman. Na ja, und du warst ja nicht der Einzige, der mir heute Tipps gegeben hat. Aber ich habe keinen befolgt. Tut mir leid. Möchtet ihr mit zurückfahren? Aber in Jupiter passen wir nicht alle rein. Ich rufe mal Tom an. Der kann uns ganz sicher helfen. Oh, da! Da ist einer! Ich kann ihn sehen! Da, Mr. Evans! Oh, du hast recht! Ja, heute hatte ich mit allem recht, Mr. Evans. Von jetzt an werde ich mich bemühen, öfter auf dich zu hören, Norman. Gut. Da! Da drüben fliegt ein goldener Adler! Buh! Edge! Reingelegt! Aber sie haben gut auf mich gehört. Hilfe! Hilfe! Rot sieht man super, das... Da läuft was gar nicht super. Das ist ein Notruf. Oh, ich hoffe, Sam versteht das. Mom! Butler läuft weg! Sehr seltsam. Ich rufe die Notzentrale an. Oh, Gwendolyn am Cliff verunglückt. Ich muss die Bergwacht verständigen. Keine Sorge, Kumpel. Äh, ich meine Sir. Ich finde sie. Kumpel. Butler, was machst du denn hier? Butler, wo läufst du hin? Butler. Sieh nur, da ist Tom Hilfe Ich fürchte, ich kann hier nicht landen Ich hole Verstärkung Sam Ich hatte das Gefühl, ihr könntet mich brauchen Was ist das Problem? Mein Bein Ich rufe Schwester Flutter Warum geht heute eigentlich niemand an sein Telefon? Hallo Oh, Wudler hat mich hergeholt Was ist denn passiert? Was für ein guter Junge Lass mich mal sehen Wir müssen ins Krankenhaus, um dein Bein zu röntgen Tom Wir brauchen hier unten dringend eine Trage Geht klar, Sam Gut Passt auf, sie könnte pendeln Sam wird dich begleiten, Liebes Ich komme dann zum Krankenhaus Tö, so eine wahnsinnige Aufregung Und dein Bein ist nicht mal gebrochen Verstaucht ist schlimm genug, James Sam, du warst wundervoll Und wäre Elvis' Lied nicht gewesen, säßen wir jetzt noch auf den Pontypandy-Klippen? Rot sieht man super, das hilft dir in der Not Denn klar, mal was nicht super Hilft dir ganz schnell rot Sarah Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben Tiger ist schon oft weggelaufen Und er ist immer zurückgekehrt Komm, lass uns nach Hause gehen Wenn wir Glück haben, wartet er ja dort schon ganz ungeduldig auf uns Ein Glückspfennig Ich wünsche mir, dass mein Tiger zurückkommt Tiger Mom, Mom Es hat wirklich funktioniert Tiger ist im Brunnen Tiger Schnell, Mom Ruf Feuerwehrmann, Sam Oh, Tiger im Brunnenschacht Wendolins Kater Tiger ist in den Brunnenschacht gefallen Verständigen Sie die Bergwacht, Sir Tom soll den Geländewagen nehmen Ganz bezaubernd, dass die Bergwacht bereit ist, auch einen Kater zu retten, Tom Aber klar doch, die Bergwacht ist eben nicht nur für Menschen gedacht, Gwendolin Da sind sie schon, Penny Hallo, Penny Hallo, Sam Hallo, Tom Hi, Tom Wir brauchen eine Winde zum Runterlassen, Tom Kommt sofort, Kumpel Okay, Tom Da ist ja der kleine Ausreißer Okay, Penny Okay, Sam Armer Tiger Oh, was für ein Glück Tiger, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Armes Ding Nach der ganzen Enge da unten muss er sich wohl erstmal die Beine vertreten Mein Wunsch scheint sich auch erfüllt zu haben Tiger hat gelernt, keinen Vögeln mehr nachzujagen Denn er ist kein Brand Ja, Feuerwehrmann Sam Dafür ist er bekannt Ja, Feuerwehrmann Sam